Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Ich möchte mal ein wenig bei dem Schnellanalyseformat experimentieren, denn ich will ein Format haben, wo ich auch mal zügig ein paar Aktien durch mein Tool jagen und euch das Ergebnis dennoch mit genügend Aussagekraft zeigen kann. Daher versuche ich heute mal etwas anderes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir etwas Resonanz geben könntet, ob das in der Form auch okay ist. Ich muss irgendwas finden, damit ich auch schnell mal mehrere Aktien analysieren kann, denn ansonsten werde ich die große Anzahl an Unternehmen nicht von meiner Liste bekommen. Schließlich kommen fast täglich neue hinzu. Die großen Analysen zu bestimmten Aktien bleiben natürlich bestehen. Wie gesagt, ich suche nur ein ideales Format, um auch mal mehrere Aktien schnell zu besprechen. Ich labere jetzt mal nicht groß herum, sondern fange gleich mit der ersten Analyse an. Ihr könnt mir ja dann gerne in den Kommentaren schreiben, ob das für den schnellen Aktiencheck in der Form okay ist. Viel Spaß mit dem Video. Dann starten wir mal mit der ersten Analyse. Das wäre die Dennerher. So, rechts von mir seht ihr jetzt das Datenblatt für die Punkteverteilung in den einzelnen Bereichen. Hier habe ich die Bewertung in den einzelnen Kategorien schon einmal eingetragen. Ich erkläre dann jetzt schnell, wie ich auf die Punkte gekommen bin und am Ende der Analyse werde ich dann natürlich das Ergebnis selbstverständlich zeigen. So, kommen wir nun zu dem Unternehmen. Die Dennerher Corporation ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von gut 191 Milliarden Euro und gut 69.000 Mitarbeiter. Fangen wir als erstes mit dem Chart an. Ich blende diesen mal kurz ein. Der langjährige Chart sieht richtig gut aus. Die haben stabile Aufwärtstrends, die durch neue, noch steilere Aufwärtstrends abgelöst werden. Der Kurs konnte im September das Hoch bei 284 Euro markieren. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Für das Chartbild kann ich 8 Punkte vergeben. Auf kürzerer Sicht sieht der Chart nicht schlechter aus. Seit einem seitlichen Verlauf, der bis zum Juni 2021 ging, konnte die Aktie einen schönen Schub nach oben hinlegen. Aktuell befindet sich der Kurs wieder in einem seitlichen Verlauf. Die Spannung erreicht von 249 bis 284 Euro. Für das kürzere Chartbild kann ich ebenfalls 8 Punkte vergeben. Nun zu dem Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Der Kurs befindet sich über der 20er Tageslinie im oberen Bereich des Bandes. Das sieht nach einem leichten Kaufsignal aus und daher kann ich 7 Punkte vergeben. Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik sieht etwas schlechter aus. Der Kurs ist aus dem Band gelaufen und befindet sich momentan im oberen Bereich des Bandes. Das sieht nach einem überkauften Markt aus und daher vergebe ich 2 Punkte. Kommen wir zu den externen Firmenbewertungen. Als erstes der Piotrowski-Wert. Der liegt bei 5 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da der Wert über 5 liegt, kann ich hier für jeden genütigen Scorepunkt, also in dem Fall einmal 2 gleich 2 Punkte, vergeben. Beim Modus Analystik Risk Score gibt es 8 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf eine in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risiko-Chance-Bewertung erhält das Unternehmen 1 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 2 Punkte. Jetzt kommen wir zu den Analysten. Die nehme ich auch mit auf, dass sich die Jungs und Mädels viel intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen, wie jeder Privatanleger. Was sagen die Analysten zu denn erher? 17 sagen kaufen, einer sagt übergewichten, 3 sagen halten, keiner sagt untergewichten und einer sagt verkaufen. Daraus berechnen ich einen Durchschnittswert von 4,5 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 304,16 Euro. Dabei reicht die Spanne von 275,25 Euro bis 323,31 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum Durchschnitt in Kursziel, so liegt dieser bei 34,86 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 12,94%. Dafür vergebe ich 9 Punkte. Nun kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Die Aktienanzahl steigt jedes Jahr leicht an. Letztes Jahr um 0,5%. Dafür vergebe ich die 4 Punkte. Jetzt kommen wir zur Bilanz. Hier vergebe ich einzelne Punkte, die dann in dem Bereich Bilanz der Aktien in dunkelgelben Kästchen automatisch zusammengezählt wurden. Fangen wir jetzt mit dem Umsatz an. Ja, den Punkt beim Umsatz konnte ich vergeben, da die Umsätze fast jedes Jahr steigen. Ja, beim KUV konnte ich den Punkt leider nicht vergeben, denn das KUV liegt bei 7,04. Der Wert ist mir etwas zu hoch und daher gibt es hier keinen Punkt. Kommen wir dann zu den Gewinnen. Der EBTA-Gewinn liegt bei gut 5,7 Milliarden Euro. Jedes Jahr fallen mehr Gewinne an und dank der Marge von gut 29,5% konnte ich hier den Punkt vergeben. Dann das KGV. Das erwartete KGV liegt bei gut 34. Ja, der Wert ist mir etwas zu hoch und daher habe ich den Punkt nicht vergeben. Die liquiden Mittel beliefen sich in der letzten Jahre auf 6 Milliarden Dollar. Das ist ein sehr guter Betrag und daher, ja, gab es hier den Punkt. Die Einkapitalquote liegt bei 52,2%. Der Wert ist super und daher habe ich hier den Punkt verteilt. Ja, was machen die Schulden? Die Schulden wachsen jedes Jahr an. Letztes Jahr von 31,8 auf 36,4 Milliarden Dollar. Die Tendenzen mag ich nicht und daher habe ich hier den Punkt nicht vergeben. Nun der Nettoverschuldungsgrad. Der liegt bei 5,6. Das Unternehmen könnte seine kompletten Schulden in gut 6 Jahren, ja, komplett mit seinem EBTA-Gewinn zurückzahlen. Und das fand ich so gut, dass ich hier den Punkt vergeben habe. Dann die Dividende. Die Dividende wächst jedes Jahr an. Allerdings ist die Dividendenrendite sehr klein, denn die liegt bei gerade einmal 0,28%. Dennoch habe ich hier den Punkt vergeben, denn eine kleine Dividende ist besser wie keine Dividende. So, dann kommen wir noch zur Ausschüttungssumme. Die liegt bei gut 615 Millionen Dollar. Kein Problem für das Unternehmen, denn das Free Cashflow liegt bei 6,7 Milliarden Dollar. Die Dividende kann also locker aus der freien Mitte bezahlt werden und dafür habe ich den Punkt vergeben. Dann wären wir mit der Bilanz fertig und ja, wir konnten hier 7 Punkte einsammeln. Dann schauen wir uns mal die Zukunft an und kommen zu den Schätzungen. Als erstes der Umsatz. Ja, die vermuteten Umsätze sollen laut Schätzungen jedes Jahr weiter steigen. Dieses Jahr auf 29,1 Milliarden und nächstes Jahr auf 30,7 Milliarden und dann auf 32,2 Milliarden Dollar. Daher habe ich hier den Punkt oder beide Punkte vergeben. Dann kommen wir zu den vermuteten Gewinnen. Es wird geschätzt, dass die Gewinne ebenfalls jedes Jahr leicht zulegen soll. Dieses Jahr wird wohl ein EBTR-Gewinn von 10,06 Milliarden Dollar anfallen. Ja, dann 10,46 und im Folgejahr 10,96 Milliarden Dollar. Also dafür konnte ich beide Punkte abdrücken. Das erwartete KGV soll mit den steigenden Gewinnen weiter sinken. 2024 soll das KGV dann bei gut 26,8 liegen. Ja, dafür konnte ich dann beide Punkte vergeben. Ja, 26,8 bei einem stark wachsenden Unternehmen ist ja ein guter Wert. So, was machen die Dividenden? Ja, es wird vermutet, dass die Dividende weiter jedes Jahr steigt. Ja, und mit der Rendite von gut 0,3% in zwei Jahren wird man weiterhin nur wenig Rendite erhalten. Für die Steigerung habe ich den Punkt verteilt. Die Rendite war mir zu wenig und daher habe ich hier den Punkt nicht abgedrückt. Das geschätzte Free Cashflow soll ebenfalls weiter zulegen und somit kann die Dividende auch weiter aus den freien Mitteln bezahlt werden. Ja, dafür konnte ich dann wieder beide Punkte vergeben. So, dann sind wir jetzt hier mit den Schätzungen auch fertig gewesen und wir haben insgesamt neun Punkte eingesammelt. Kommen wir jetzt zu den News. Hier interessieren mich ja vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. und alles, was da vorliegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen, allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist und daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Ja, was für News gab es denn hier bei Denner Herr? Ja, eigentlich nur die letzten Quartalzahlen. Denner Herr hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 Dollar je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,72 Dollar je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Denner Herr eine Umsatzsteigerung von 22,88% verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,23 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 5,88 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,15 Dollar erwartet, während sie die Umsatzschätzung auf 7 Milliarden US-Dollar vermutet hatten. Also Umsatz und Gewinn wurden gut gesteigert und die Analystenschätzung geschlagen. Ich habe daher hier 6 Punkte vergeben, da ansonsten die Newslage ja recht ruhig war. Dann kommen wir zu den Insider-Trades. In den letzten beiden Jahren konnte ich 4 teilweise sehr hohe Käufe entdecken und 53 Verkäufe. Für das insgesamt negative Gesamtbild kann ich aber dennoch 2 Punkte vergeben. Kommen wir nun zum 4-Greed-Index. Dieser Index findet ja weltweit eine große Beachtung, auch bei mir, und gibt einen Überblick über die aktuell forschende Emotionen am Markt. Der Wert liegt bei 82 und daher konnte ich hier 2 Punkte berechnen und vergeben. Dann das Währungsrisiko. Bei einem Unternehmen muss man den US-Dollar berücksichtigen und man kann bei der Währung bis zu 10% an Schwankungsbreite einrechnen. Dafür konnte ich dann 6 Punkte abdrücken. So, kommen wir jetzt zu meiner Meinung. Dennerher ist ein gutes Unternehmen. Die Umsätze steigen genauso wie die Gewinne. Die Verschuldung ist in einem Bereich, der beherrschbar ist, und sie sind in einem Segment tätig, das auch für die Zukunft vielversprechend aussieht. Etwas stört mich, dass die Aktienanzahl jedes Jahr erhöht wird und dass die Dividende sehr niedrig ist. Allerdings wird diese jedes Jahr erhöht. Der Kurs ist in den letzten Monaten sehr gut gelaufen und auf KGV-Basis ist die Aktie auch nicht billig. Wachstum ist aber vorhanden und daher traue ich der Aktie zu, in die Bewertung reinzulaufen. Bei einem Rücksetzer auf die 200er Tageslinie, die bei gut 245 Euro verläuft, kann ich mir einen ersten Einstieg vorstellen. Und daher vergebe ich 8 Punkte. Ja, dann sind wir jetzt soweit fertig und dann wollen wir uns das Ergebnis auch mal auf der Auswertungsseite anschauen. Das Ergebnis für Dennerher sieht jetzt echt nicht schlecht aus. Also vor allem auf maximale Invest-Basis. Ja, meine Anfangsinvest-Summe liegt bei 672 Euro. Das sind 67,2% von meinem maximalen Startbetrag. Und ja, der maximale Invest-Betrag, wie gerade schon gesagt, sieht richtig gut aus mit 75,7%. Und mein Tool würde mir erlauben, mit 2.271 Euro in das Unternehmen einzusteigen. Also ein solider, guter Wert bzw. Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann. Dann starten wir mal in die zweite Analyse. Das wäre die 3M Company. Also ein Titel, der wirklich was für defensive Anleger ist. Kommen wir zu dem Unternehmen. 3M Company ist ein breit gefächertes Technologieunternehmen, der in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Elektronik, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher- und Büroartikel tätig ist. Die Produkte von 3M sind in vielen Industriezweigen marktführend. Vom Gesundheitswesen über die Verkehrssicherheit bis hin zur Herstellung von Displays und Klebstoffen. Zu den Entwicklungen gehört unter anderem das Notizzettelsystem Posted, das durchsichtige Scotch-Klebeband und das Lippmann-Elektro-Stethoskop. Das Portfolio umfasst außerdem Displaybeschichtung, digitale Projektoren, Touchscreen-Systeme, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte, Schleif- und Klebemittel für die Luft- und Schifffahrtindustrie, Verpackungsmaterialien und Beschichtungen für gewerbliche und private Anwendungen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von gut 93 Milliarden Euro und gut 95.000 Mitarbeiter. Fangen wir als erstes dann jetzt mit den Charts an. Ich blende diese mal kurz ein. Auf langer Sicht sehen wir einen bestehenden Aufwärtstrend. Allerdings hat sich seit dem Januar 2018 hoch bei 209 Euro ein Abwärtstrend gebildet, der im Corona-Crash den Kurs bis auf 108 Euro drückte. Seit dem Tief im März 2020 bildete sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend, der immer noch aktiv ist. Da wir ein Kursniveau wie 2018 haben, kann ich für das langfristige Chartbild sechs Punkte vergeben. Dann kommen wir zur kürzeren Sicht. Auf Jahressicht sehen wir einen Aufwärtstrend, der den Kurs bis auf 172 Euro führte. Im Anschluss begann eine Konsolidierung, wodurch ein kurzfristiger Abwärtstrend entstand. Aktuell holt sich der Kurs wieder. Da wir einen mittelfristigen Aufwärtstrend, aber auch einen kurzfristigen Abwärtstrend auf Jahressicht haben, kann ich für das Chartbild sieben Punkte vergeben. Nun zu dem Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das Bollinger Band wird aktuell breiter. Die Volatilität steigt. Der Kurs befindet sich über dem oberen Randbereich und entfernt sich immer weiter von der 20er Tageslinie. Das sieht nach einem starken Kaufsignal aus und daher kann ich hier zehn Punkte vergeben. Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik sieht schlechter aus. Der Kurs befindet sich seit ein paar Tagen außerhalb des Bandes im oberen Bereich. Momentan macht es keine Anstalten, zurück ins Band zu laufen. Das sieht nach einem überkauften Markt aus und daher kann ich hier einen Punkt vergeben. Dann kommen wir jetzt zu den externen Firmenbewertungen. Als erstes der Piotrowski-Wert. Der liegt bei acht von neun Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke an des Unternehmens. Da der Wert über fünf liegt, kann ich hier für jeden genültigen Score-Punkt, also in dem Fall vier mal zwei, gleich acht Punkte vergeben. Beim Moody's-Analystic-Riskor gab es acht von zehn Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in den Zukunft gerichte Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risiko-Chance-Bewertung erhält das Unternehmen einen von fünf Punkten. Da ich hier den Wert mal zwei nehme, konnte ich zwei Punkte vergeben. So, jetzt kommen wir wieder zu den Analysten. Die nehme ich ja mit auf, da sich die Jungs und Mädels ja viel intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen, wie jeder Privatanleger. Was sagen die Analysten zu 3M? Also drei sagen kaufen, keiner sagt Übergewichten, 14 sagen halten, einer sagt Untergewichten und drei sagen verkaufen. Daraus berechne ich einen Durchschnittswert von 3,0 von fünf Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 165,20 Euro. Dabei reicht die Spanne von 120,59 Euro bis 183,50 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 3,10 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 1,91 Prozent. Das ist nicht viel. Also dafür kann ich auf jeden Fall die fünf Punkte vergeben. Nun kommen wir zur Aktienanzahl. Ja, die Aktienanzahl schwankt in den letzten Jahren ganz leicht. Letztes Jahr ging die Anzahl um 0,26 Prozent zurück. Ja, dafür vergebe ich die sechs Punkte. Jetzt kommen wir zur Bilanz. So, fangen wir mit dem Umsatz an. Den Punkt beim Umsatz konnte ich vergeben, da die Umsätze seit Jahren zwischen 30 und 32 Milliarden schwanken, aber recht stabil sind. Letztes Jahr wurde der Umsatz von 32,1 auf 32,2 Milliarden Dollar gesteigert. Nicht viel, aber zumindest war eine Steigerung zu sehen. Daher kann ich hier den kleinen Punkt abdrücken. Das KUV liegt bei gut 3,14. Ja, der Wert ist wegen dem stabilen Geschäft gerade noch okay und daher gibt es wieder den kleinen Punkt. Die Gewinne sehen jetzt auch nicht schlecht aus. Der EBTA-Gewinn liegt bei gut 7,66 Milliarden Euro. Auch hier sehen wir Schwankungen mit leicht negativer Tendenz. Da die Höhe aber gut ist und eine Marge von 27,2 Prozent vorhanden ist, vergebe ich erneut den kleinen Punkt. Dann kommen wir zum KGV. Das erwartete KGV liegt bei gut 18. Ja, der Wert ist in einem guten Bereich und daher konnte ich hier den Punkt vergeben. Die Liquidmittel, ja, beliefen sich letzten oder Ende letzten Jahres auf gut 4,6 Milliarden Dollar. Ja, der Betrag ist voll okay und daher konnte ich hier den Punkt vergeben. Die Einkapitalquote liegt bei 27,4 Prozent. Der Wert ist solide und daher konnte ich hier ebenfalls den Punkt vergeben. Die Schulden sind im letzten Jahr leicht um 0,1 auf 34,4 Milliarden Dollar gesunken. Ja, da wir aber gut 8 Milliarden Dollar mehr Schulden sehen wie vor 3 Jahren, vergebe ich hier den Punkt mal nicht. Der Nettoverschuldungsgrad liegt bei 3,96. Das Unternehmen könnte seine kompletten Schulden also in gut 4 Jahren mit seinem EBITDA-Gewinn zurückzahlen. Das finde ich gut, die Zahl ist in Ordnung und daher konnte ich hier den Punkt vergeben. So, dann kommen wir zur Dividende. Das ist natürlich auch einer der Punktstücke bei 3M. Die Dividende wächst eigentlich jedes Jahr an. Mit der Dividendenrendite von gut 3,2 Prozent kann man voll zufrieden sein und daher konnte ich hier den Punkt vergeben. Die Ausschüttungssumme liegt bei gut 3,4 Milliarden Dollar. Kein Problem für das Unternehmen, denn das Free Cashflow liegt bei 5,7 Milliarden Dollar. Die Dividende kann also locker aus den Freimitteln bezahlt werden und dafür habe ich den Punkt vergeben. So, und rechnen wir alles zusammen, dann haben wir im Bereich Bilanzen 9 Punkte erreicht. Ist ja auch schon mal ordentlich und solide, auch wenn mehrere kleine Punkte dabei waren. So, dann schauen wir uns mal die Zukunft an und kommen zu den Schätzungen. Die vermuteten Umsätze sollen laut Schätzung endlich wieder jedes Jahr ein bisschen steigen. Dieses Jahr auf 35,3 Milliarden, nächstes Jahr auf 36,5 Milliarden und dann auf 37,7 Milliarden Dollar. Daher konnte ich zwei Punkte hier vergeben. Kommen wir nun zu den Gewinnen. Es wird geschätzt, dass die Gewinne ebenfalls jedes Jahr leicht zulegen sollen. Dieses Jahr wird wohl ein EBTA-Gewinn von 9,2 Milliarden Dollar anfallen. Dann 9,7 und im Folgejahr 10,2 Milliarden Dollar. Dafür konnte ich wieder beide Punkte abdrücken. Das erwartete KGV soll mit den steigenden Gewinnen naturgemäß weiter sinken. 2024 soll das KGV dann bei 14,6 liegen. Das ist natürlich ein super Wert. Und daher kann ich natürlich für das Absinken und für die Höhe beide Punkte abdrücken. Dann kommen wir natürlich zu dem Besten bei 3M, die Dividende. Es wird vermutet, dass die Dividende auch weiter jedes Jahr steigt. Und mit der Rendite von gut 3,5% in zwei Jahren kann man sehr gut leben. Also für die Steigerung und die Höhe konnte ich in dem Fall hier zwei Punkte vergeben. Das geschätzte Free Cashflow soll ebenfalls weiter zulegen. Und somit können die Dividende auch weiter aus den freien Mitteln locker bezahlt werden. Das ist mir natürlich dann auch wieder die zwei Punkte wert gewesen. So, dann rechnen wir auch hier alles zusammen und wir kommen ebenfalls, ach, das ist ebenfalls, also wir kommen hier auf zehn Punkte. Also solider Wert hier. So, dann kommen wir zu den News. Also viele News gab es eigentlich nicht. 3M gibt seit über 100 Jahren eine Dividende bekannt. Also, das ist natürlich auch mal eine News wert. Und man sieht ja auch, dass 3M absolut was für Dividendenjäger ist. Ja, und dann gab es natürlich noch die Quartalzahlen. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Achse von 2,45 Dollar ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 Dollar je Achse generiert. Beim Umsatz wurden 8,94 Milliarden US-Dollar gegenüber 8,35 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf ein Gewinn je Achse von 2,21 Dollar hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,65 Milliarden US-Dollar erwartet. Also Gewinn und Umsatz zum Vorjahr gesteigert und Analysten geschlagen. Tja, für das karge News-Bild, weil ansonsten kamen ja nicht viele andere News raus, ja, konnte ich hier sechs Punkte vergeben. Dann kommen wir zu den Insider-Trades. In den letzten beiden Jahren konnte ich 26 Verkäufe finden, teilweise über Millionenbeträge. Käufe konnte ich keine finden. Und da ich keine positiven Sachen entdecken konnte, musste ich hier leider die Nullpunkte vergeben. So, kommen wir zum 4-and-Greed-Index. Und ja, überraschenderweise liegt der genauso wie bei der anderen Analyse bei 82. Und daher konnte ich hier die zwei Punkte berechnen. So, beim Währungsrisiko konnte ich die sechs Punkte vergeben, da wir uns eben beim US-Dollar befinden. Und der hat eine Spannbreite von 10%. Und das sind die Punkte dafür. So, und dann kommen wir jetzt nur noch zum Schluss zu meiner Meinung. 3M ist ja vor allem ein Unternehmen für Dividendenjäger. Hier kann man schön jedes Jahr eine stattliche Ausschüttung entgegennehmen. Kurstechnisch war in den vergangenen Jahren wenig zu holen. Denn wir bewegen uns auf einem Niveau wie vor 3-4 Jahren. Schaut man sich die Zahlen der Vergangenheit an, so waren die nicht gerade spannend. Eigentlich dümpelte der Umsatz so vor sich hin und auch die Gewinne waren recht gleichbleibend. Ist halt ein defensiver Wert, der sein Geld verdient und ja, eine fette Dividende jedes Jahr ausschüttet. Glaubt man in Schätzungen, so soll es in der Zukunft etwas besser werden. Denn beim Umsatz und Gewinn könnte 3M in den nächsten Jahren zulegen. Das gleiche gilt dann für die Dividende, die ebenfalls weiter steigen soll. Also als extrem defensiver Wert kann man die Aktie ins Depot backen. Vor allem auf dem Niveau ist sie nicht wirklich teuer bewertet momentan. Wir bewegen uns auch aktuell knapp über der 200. Tageslinie. Bei einem Rücksetzer könnte ich mir hier eine kleine Position vorstellen, die ich dann bei Schwäche weiter ausbauen würde. Wirklich haben muss ich die Aktie jetzt nicht. Aber wenn der Preis mal irgendwann stimmt und in einem Bereich runterkommt, wo man zuschlagen muss, dann kann man sich bei so einem soliden, aber auch langweiligen Wert mal überlegen, hier einzusteigen. Zur Stabilisierung eines Depots ist 3M ein absolut guter Wert. Also ich vergebe für das Unternehmen sieben Punkte. Dann sind wir jetzt auch hier schon fertig. Und dann wollen wir uns das Ergebnis auch hier mal auf der Auswertungsseite anschauen. Das Ergebnis für 3M sieht auch gut aus. Mein Tool würde mir erlauben, mit 665 Euro direkt in das Unternehmen einzusteigen. Das sind 66,5% von meinem maximalen Startbetrag. Und die maximale Invest-Summe liegt sogar noch höher vom Prozentsatz her, nämlich bei 72,3%. Und mein Tool erlaubt mir, mit 2.169 Euro in das Unternehmen zu investieren. Also für so einen defensiven Wert, der jetzt keine großen Wachstumswerte hat, aber halt solide aufgestellt ist, ist das, glaube ich, ein faires Ergebnis. So, das war es dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das Ranking im Anschluss. Mal sehen, auf welchen Plätzen die Aktien es geschafft haben. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, dass die Analysen euch gefallen haben. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal passieren, ja, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich suche da mal die nächsten Aktien raus, die ich analysiere. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Dann schauen wir uns doch eben das Ranking an. Mal sehen, wo die heute analysierten Unternehmen sich platzieren konnten. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Invest-Betrages bestimmt. Das wäre die graue Spalte rechts. Das mache ich da bei maximalen Anfangsbetrag. Zu viele kurzfristige Einflussfaktoren wie der Fear & Greed Index mit einfließen, die ein paar Wochen und Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite unter Playlist. Oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo sind denn jetzt die Firmen Denneherr und 3M gelandet? Ja, da müssen wir ein bisschen runterscrollen. Denneherr haben wir jetzt hier auf Platz 30. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir sind im oberen Drittel gelandet mit dem Wert. Liegt natürlich auch daran, dass sie natürlich schon recht teuer bewertet ist und natürlich auch einen guten Lauf hatte. Und da ist das Potenzial nach oben natürlich jetzt nicht mehr so hoch. Aber es ist ein Top-Unternehmen, was ja dann auch durch die Bewertung gezeigt wird, dass hier Qualität hinter steckt. Und die Aussichten in der Zukunft sind gut für das Unternehmen. Und daher finde ich das Unternehmen interessant. Jetzt muss es nur noch mal auf ein Preisesniveau kommen, wo ich einsteigen kann mit einem guten Gefühl. Und dann ist das Unternehmen kein schlechter Wert für mein Depot. So, dann schauen wir noch mal ein bisschen tiefer. Und 3M ist auch nicht so weit entfernt auf Platz 40. Also auch ein Bereich, wo man sagen kann, das ist top. Man muss natürlich hier sagen, das ist natürlich ein bisschen anders wie bei Denneherr, die ja noch relativ stark wachsen. Bei 3M ist das eine andere Geschichte. Wir haben hier einen super defensiven Wert mit einer super Dividende, was ja Denneherr in dem Maße nicht hat. Und es ist ein anderer Blickwinkel, den man auch bei 3M richten muss. Das ist ein defensiver Wert, der stabilen Umsatz hat, der stabile Gewinne schreibt, auch in einem hohen Maße Gewinne einfährt. Und seine Aktionäre mit einer hohen Dividende am Erfolg des Konzerns teilhaben lässt. Und es ist halt ein sehr defensiver Wert, der aber in jedem Depot reinpasst und auch gut tut, weil er Stabilität bringt. Also für mich ein Unternehmen, was man sich auf jeden Fall anschauen kann und der Kurs, der ist in den letzten Monaten und Jahren auch schön wieder runtergekommen. Und wir haben auf KGV-Basis eine Größenordnung erreicht oder eine Bewertung erreicht, die attraktiv wieder ist. Also für mich ein Unternehmen, das ich auch mal ins Auge fassen werde, für die Stabilisierung des Depots. Und hier kann man sich natürlich auch auf lange Zeit schöne Positionen aufbauen, indem man halt reingeht und bei Schwäche immer Stück für Stück nachkauft. Weil, ja, sie haben ein Geschäft, das wird auch in den nächsten Jahren noch gut laufen. Und, ja, durch die Dividende wird man seinen Schnitt schon machen. Und wenn man, ja, die Schätzungen sich anschaut und der Konzern wirklich seine Umsetzung und Gewinne in der Zukunft steigern kann, ja, dann ist auch im Kurs noch ein bisschen Potenzial nach oben. Weil wir sind die letzte Zeit relativ stark zurückgelaufen und das kann natürlich auch Aufwärtspotenzial bedeuten. Na gut, ich scrolle jetzt einfach mal runter, damit alle neuen Zuschauer und alle Interessierten die Liste mal komplett sehen. Wir sind jetzt mittlerweile, juhu, nämlich bei 100 angekommen. Ja, ich habe die 100 voll gemacht. Juhu. So, ich scrolle nochmal hoch. Jetzt habt ihr ja alle die Liste gesehen. Und dann schauen wir uns nochmal die beiden Werte schnell an und gehen dann auch hoch. Na, wir sind immerhin mit beiden Werten, ja, unter den 40% besten Unternehmen in der Liste gelandet. Also, das spricht für eine Qualität, die nicht schlecht ist. So, dann scrolle ich noch einmal ganz nach oben und dann würde ich sagen, das reicht auch für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.